Die sind jetzt schmutzig, alle sind schmutzig. So machen wir die Forder. Mir ist so bequem, ich liebe meine Arbeit, ich liebe auf dem Boden zu liegen. Macht mir so viel Spaß. Du kannst vielleicht hier stehen. Also, dann riecht es so mit der Hand machen. Okay, und wir machen das auf drei. Eins, zwei, drei. Steffi, guck mal, jetzt bitte hier, diese Fenster. Ja, super. Wow, so eine wunderschöne Braut. Eins, zwei, drei. So ein Traumbraut. Ja, wir haben das. Das ist ein Traum, oh mein Gott. Ja, das ist der Hammer. Das ist echt der Hammer. Ja, so Hammer mit der Sonne. Ja, mega. Mega, so schön. Und jetzt einmal, genau, weg von mir, weg von mir, weg von mir, weg von mir. Mir ist so bequem, ich liebe meine Arbeit, ich liebe auf dem Boden zu liegen. Das macht mir so viel Spaß. Ja, super. Ja, genau, so ist es perfekt. So ist es perfekt. Steffi, guck mal hier, bitte da. Nee, du guckst jetzt genau so ein bisschen nach unten. Und du kannst sie küssen, hier küssen. Ja, perfekt. Und mach mit deinem Kleid weiter. Ja, weiter, weiter mit dem Kleid. Das hat sich gelohnt. Ich glaube, das hat sich gelohnt, dass ich schmutzig jetzt bin für eure Hochzeit. Hammer. Ja, Hammer. Ja, Hammer. So, ihr Lieben, dann benutzen wir unsere Schanze mit Wand. Ich bin jetzt schmutzig, alle sind schmutzig. So machen wir die Forder. Rennen, wollt ihr rennen? Ja, okay. Rennen auf drei. Eins, zwei, drei. Zueinander gucken, zueinander, zueinander, zueinander. Rennen, rennen. Ah, ihr seid so geil. Das macht so viel Spaß mit euch. Ja, das ist geil. Ja, das. Ja, ist das ein Traum. Und das, das finde ich so schön. Ja. Cool. Oh mein Gott, Steffi. Wie kann man so schön sein? Guck mal bitte, wieder andere Richtung, da? Oh mein Gott. I love it. Möchtest du sehen? Ja. Natürlich. Ich bin eine Sekunde, du bist viel zu hübsch mit meiner Kamera, du senkst noch. Wow. Das liegt. Ich finde das so schön, dass du das so machst. Oh. Wirklich. Ich habe mich so gefreut. Wir machen noch etwas mit diesem Effekt. Ja, super. Super. Spiel viel weiter, 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 weiter. Wir machen das auf drei und sammeln, du musst ein kleines Stück nach vorne gehen und dann, wenn das geht, auf drei, du kannst an sie gucken, weil du so zunig drehen. Weißt du, was ich meine? Ja, Hammer, 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 Hammer. So. Yeah. So cool. Stopp. Und wir können vielleicht, genau, die Köpfe so machen und dann, du kannst sie auf den Stirn küssen oder weißt du, so herküssen. Ja, super. Ja, super. Und Steffi, ich glaube, du kannst ihm auch im Atem mit beiden Händen, genau. Lieber. Ja, einfach so bleiben. Mit Stirn. Traum, traum, traum. Aha. Und auf drei werfen. Eins. Sekunde, Sekunde. Eins. Zwei. Drei. Das ist so schön. Kannst du bitte, Samuel, kannst du sie bitte hier küssen? Und Steffi, wenn du möchtest, du kannst die Augen zumachen, genau. Das ist so romantisch. Weiter, 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 weiter. Ich sage, wenn ich fertig bin. Weiter, 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 weiter. Moment, Moment. Und wir haben das. Wir machen das wieder. A auf drei. Eins. Zwei. Drei. Oh mein Gott. You're gonna love it. Unglaublich schon. Küsst sie jetzt bitte. Und jetzt reicht das für die nächsten zehn Jahre, ne? Mit Küssen. Traum. Oh mein Gott. Ich glaube, wir haben das. Guck mal jetzt bitte. Ja genau. Noch ein bisschen mehr nach links und unten, dass ich deine Profile sehe. Ja, perfekt. Oh mein Gott. Steffi. Und richtig nah. Und macht bitte Braustrauss ein bisschen mehr nach unten, dass ich, ja, perfekt. Das ist ein Traum. Und ein bisschen so bleiben. Und noch ein Stück weiter weg voneinander, dass ich nur Profile sehe. Mit den Nasen richtig naheinander. Ja, perfekt. Oh mein Gott. Das ist so geil. Oh mein. Ne, ne, ne. Das war perfekt. Weil dann hat sie keine Schatten auf dem Gesicht. Und dann kommt noch ein kleines Stück wieder unten. Ja, perfekt. Sehr, sehr, sehr schön. Ja, das finde ich super, ne? Ja. Und das ist mit ganzen Köpfen, haben wir auch gemacht. Ey, das gefällt mir so gut. Oh ja. Oh ja. Und jetzt einmal zu mir. Ein Traum. Nicht in die Kamera gucken. Und jetzt bitte nochmal einmal zurück. Uh, ich liebe dein Kleid. Ja, super. Oh mein Gott. Was ist das? Welche wunderschöne, hübsche Menschen. Oh mein Gott. Ich gucke nur. Boah. Was soll ich sagen? Boah. Sprachlos. Ich bin ja ein bisschen lächeln. Super, wir haben das. Oh mein Gott, you're gonna love it. You like it. Boah, schön. Ey, coole Kulisse. Ja, scheiße, Fotograf, und die Kulissen sind gut. Ja, so, so. Hauptsache, die Kulisse. Dann bin ich nicht die Einzige, dann dreckig ist. Einfach die beiden Augen zu machen, das ist super. Nein, wir machen ganz romantisch. Steffi guck da. Genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau.